Ich durfte gestern im Stream Adventure Rank 60 erreichen. Das ist ein riesiger Meilenstein für mich persönlich, weil das mein großes Ziel war seit vielen, vielen Monaten. Ich habe jeden Tag bis zu drei, na eigentlich habe ich schon jeden Tag drei Refits gemacht, was das Harz angeht über U-Gestein. Ich wollte es sein, Adventure Rank 60. Und mittlerweile ist es soweit, seit gestern im Stream. Dankeschön, falls ihr an dieser Stelle dabei wart. Aber dieses Video soll den Stream nochmal zusammenfassen und natürlich den Moment zeigen, in dem ich das erreicht habe, weil ihr das einfach so, 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 so happy gemacht habt. Dementsprechend, was ist die Geschichte? Also, ich bin jetzt seit circa ein Jahr und viereinhalb Monaten dabei bei Genshin Impact. 28.09.2021, habe ich 2020 sogar, habe ich mit Genshin Impact gestartet. Und jetzt am 15. Februar 2022 habe ich es geschafft, Adventure Rank 60 zu erreichen und habe dabei jeden Tag drei Refits gemacht, damit ihr ein ungefähres Gefühl dafür habt, wie lange es dauert, Adventure Rank 60 zu erreichen. Ich habe gehört, so der eine oder andere Free-to-Play-Spieler, der keine Refits macht, ist jetzt so bei AR 52. Also, da stecken noch große, große Wege vor sich. Und ich persönlich muss auch sagen, es ist ein bisschen traurig, als auch schön, dass ich jetzt keine XP mehr sammeln kann für mein Adventuring. Aber es ist okay, es geht vollkommen klar. Doch wie habe ich das Ganze abgeschlossen? Ich wollte Back to the Roots. Ich wollte dahin, was ich mit Genshin Impact verbinde. Und für mich ist Genshin Impact, was Figuren angeht, Kitching. Dementsprechend durfte den finalen Hit auf dem Weg zu AR 60 meine Kitching ausführen. Wirklich, meine Waifu. Ich habe ihr die Default-Skin gegeben und bin dann mit ihr losgelaufen, auf der Suche nach dem, was der Stream entschieden hat. Wir haben überlegt, was benutzen wir, um Adventure Rank 60 zu erreichen. Ich kenne noch eine luxuriöse Truhe, die ich nicht habe, obwohl ich mir diese. Dwanen, als der erste richtig dicke Boss, besiege ich ihn. Oder der merkwürdige Hillichel, der 18. Grandstreaming-XP-G pro Kill, den ich schon so häufig immer in Streams besiegt habe, um nicht nur die Refills zu machen, sondern auch regelmäßig bei euch in die Welt reinzukommen, einfach mal Hallo zu sagen und dann gemeinsam diesen Hillichel einfach wirklich zurück ins Jenseits zu schicken. Und das war am Ende auch die finale Wahl. Ich habe den Stream gefragt, der Stream meinte, der merkwürdige Hillichel ist das Passende, also habe ich gesucht in meiner eigenen Welt. Und ich habe sehr lang gesucht. Und ich habe länger gesucht. Und ich musste jede einzelne Position absuchen, damit ich diesen dummen, merkwürdigen Hillichel finde. Und dann ist diese Situation entstanden. Viel Spaß. Da ist er, meine Freunde. So. Wir haben ihn gefunden. Der Boy, der uns AR 60 macht. Das wird der merkwürdige Hillichel, der es einfach macht. So. Wo ist Spotify? Ich brauche jetzt meine Party-Mucke. Ich brauche jetzt meine Party-Mucke. Das Niso. Dankeschön für den Follow. Stream-Music. Das hier wäre das Outro. Ja. Outro ist gut. Wollt ihr reinkommen, meine Freunde? Wollt ihr reinkommen? Ich brauche die Outro-Mucke, der nicht auf AR 60 bin. Das ist das einzige Lied, das sich bei mir wiederholt. Christmas-Musik wäre auch eine Idee gewesen. Da sind wir. Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz ein Foto mit dem Hillichel machen. So. Gib mir bitte den Foto-Modus. Ich benutze ihn so gut wie nie. Weiß nicht mehr, wie das geht. Will der Chao mit dabei sein? Ah. Das AR 60-Foto. Ding. Speichern. Ich weiß nicht mehr, wo der Speicherort ist für die Screenshots. AR 60. AR 60. Mit dem ihr jetzt hier im D-Lo kriegt. Die euch einfach geleiten, dass ihr der beste Spielagenten im Impact seid. Und deswegen darf er mich heute führen auf AR 60. Go. Und wir beenden das Ganze mit einer Ult. BAM. 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 30 Extra-Harts haben mich geführt bis auf AR 60. Boah, war das ein Grind. Ja. Genshin Impact durchgespielt, den kann ich jetzt ja auch ausmachen, ne? Dankeschön, meine lieben Freunde. Es war schön, mit euch Genshin Impact gespielt zu haben. Ab jetzt quitte ich das Game. Nein. Wir grinden natürlich weiter. Als ob ich hier die Genshin Impact durchgespielt habe. Und jetzt bekomme ich Mora. Jetzt bekomme ich wirklich Mora. Jetzt müssen wir noch entdecken, wie viel Mora. Und das Ganze durfte natürlich bei uns erledigen Kiching. die Waifu herself die, die ich von Day One an haben wollte die, für die ich sage sie ist ganz oben, over the top sie ist einfach Best Girl sie ist Best Girl nicht nur, dass ich sie von Anfang an haben wollte nicht nur, dass ich übertrieben hype, als ich sie das erste Mal gezogen habe kurz bevor ihr eigener Banner kam jetzt durfte sie es beenden den Weg nach AR60 das durfte sie machen Dankeschön Keqing, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast ich bin auch bei dir und Dankeschön an jeden Einzelnen im Chat Dankeschön an jeden Einzelnen auf YouTube dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt AR60, Spiel durchgespielt und Dankeschön Spim für die 100 Bits guck in den Himmel, da geht die Party da geht die Party noch mehr ab da geht die Party noch mehr ab das ist die AR60 Party meine Freunde Hallöchen was geht Lolo und PULSI doch, da war ein Herzchen wer kriegt die Herzchen hin das sieht so geil aus PULSI, vielen lieben Dank für 10 Community Sub gibt es oben drauf Aktivität 500 Tage 504 Tage hat es mich gekostet nächstes Ziel ist jeder Ciao auf 90 ja nächster Ciao auf 90 steht auch noch gar nicht oben und jetzt Belohnung für die Abenteuerstufe AR60 gibt sogar 3 PULS hallo sonst gibt es immer nur ein AR60 gibt 3 PULS und 150 Urgestein ich habe alleine heute mehr für Hearts Refills ausgegeben bam 21 XP Bücher 30 Hearts 2 Resin Teile wiii das ist der absolute Wahnsinn das sind indirekt sogar 4 PULS meine Freunde das sind indirekt sogar 4 PULS weil ich 150 Urgestein noch dazu bekommen habe da ist Nummer 1 gar nichts traurig eine 3 Sterne Waffe als Belohnung bling Jade Kugel weiter gib mir einen 5 Star gib mir einen 5 Star gib mir die Party D-Luxes im incoming zeig mir, dass sich AR60 lohnt noch eine zweite Jade Kugel wehe wehe, 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 wehe ich bekomme jetzt noch eine dritte Jade Kugel wehe, ich bekomme einfach drei Jade Kugeln Forster immerhin immerhin 4 Sterne Char Changling nehmen wir an aber ist nicht das was ich wollte und 150 Urgestein gab es noch um drauf das ist jetzt aber der 5 Star ok 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 ist noch eine 3 Sterne Waffe war eine geile Belohnung also ah das hat geschmeckt Dankeschön Catherine AR60 gegrindet für 3 3 Sterne Waffen und eine Changling das war ja wieder absolut crazy diese Belohnungen over the top 21 XP Bücher was kann man mit 21 XP Büchern erreichen verstärken 21 XP Bücher sind wert ein ganzes Level crazy dankeschön Catherine dafür sind alle da ja ne auf der Brücke boom und 180 Mora bekomme ich 180 Mora statt 18 in Ranchering XP 180 Mora es ist also das Verhältnis 10 zu 1 statt 200 in Ranchering XP bekomme ich in Zukunft 2000 statt 200 in Ranchering XP bekomme ich in Zukunft 2000 Mora mehr bis которая 50 Mora 40 Mora bis 28 Mora noch 50 Mora 20 Mora bis bis